Hallo, ich bin Joshua Kimmich vom FC Bayern München und bei einer guten Flanke kommt sehr, sehr viel auf das Timing drauf an. Also die Absprache mit dem Stürmer. Ich denke, dass man das sehr gut trainieren kann. Es ist oftmals so, dass eine richtig gute Flanke manchmal nicht zum Erfolg führt, weil einfach der Stürmer nicht in der Position ist. Also man sollte immer mal kurz vorher hoch gucken, wo der Stürmer ist und dann gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, dass man ihn dann trifft und er das Ding verwandelt. So, dass man den Stürmer war bei uns los安全 zu machen. So, es gibt uns das einfach mal den Flanke nachdenkt.